So, herzlich willkommen hier zu einer Aufnahme ETS2 mit dem Linen Couscous. Wir hatten noch mal ein bisschen Bock ETS2 zu spielen, nachdem wir noch eine Runde Kassakten geguckt haben. Genau, und ich habe ja gerade so ein bisschen Lust, ich nehme ja so ein bisschen für YouTube, wenn ich schon nicht so häufig streame, immer so ein bisschen für YouTube auf und genau, da sind wir da. Da sind wir gerade. Ja, wir haben schon einen Konvoi gemacht, wir haben schon einen Auftrag geholt nach Livorno. Genau, Markus ist auch dabei, Hallöchen. Hallo. Wir sind mit meiner Anmoderation fertig. Super. Ja, der Auftrag habe ich jetzt auch schon geklaut. Super. Liegt gerade noch mal weh. So war das. Ach so. Ja. Wie kann ich die Handbremse lösen wieder? Äh, der Taster. Okay. 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 ciaure. Da, okay, da muss ich raus. Äh, nicht wundern, wenn ich irgendwie mal ein bisschen Distanz gewinne, äh, äh, ja, dann ist es halt meistens so. Oh Gott, hab die Enge. Wir müssen nicht rüber. Boah. 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 Das ist ja Bernerverkehr lieber. Vielen Dank. Wir sind in der Nähe von jemandem. Von wem denn? Von meinem Schatz. Ja, das ist in der Nähe, ja. Okay. Und da links wäre jetzt das Westside. Okay. Scheiße, wir müssen in Westside, ja. Wir müssen in Westside. Ich bin schon lange nicht mehr gefahren, ich merke es einfach, ich bin viel zu vorsichtig geworden. Du bist auf der falschen Bahn. Nö, wir müssen ja gleich wieder links abbiegen. Und ich bin voller Deutscher und fahre nicht auf die rechte Spur, wenn ich eh gleich wieder auf die linke muss. Weil eigentlich wäre das da links abbiegen. Ja. Nö. Nö. Nö, nicht für mich. Ja. Nö. 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 Ich hoffe ich kann noch antworten. Es kann erst gut gut. Nö. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Okay. 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 Vielen Dank. 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 Nee, das R ist ja... Nee, das ist wieder dieses... Das andersrum R, das ist... ...je, glaube ich. ... Ja, gut, das war ein bisschen zu spät. Ja, das ist... Ja, bringt aber nicht viel. Es staut sich. Ja, das ist... 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 Ich muss... Ja, das ist... Ja, das ist... Ich glaube, der Eintritt... Ja, das ist... 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 Okay, da hinten ist die Kontrolle. Muss bremsen. Auf 30 runter. Ja, wow. Nee, muss es jetzt pissen. Oh shit, es regnet. Wollen wir noch nicht? Ich machte da eine ganz entspannte Pause, ich glaub's hier nicht. Merci. Carabinerie, also Polizei. Nee, es ist Grenzpolizei, ne? Carabinerie sind doch die Grenzpolizisten oder nicht? Ich glaub, Polizia heißt ja Polizei. Und die Carabinerie sind doch die Grenzpolizisten. Hm, da bin ich jetzt nicht sicher. Weil eigentlich keine Polizia und da nur eine Polizei, ne? Was ist jetzt auch cool? Ja. 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 Was ist jetzt auch cool? Als Statione. Ah, jetzt regt's bei mir auch. Bei mir gewittert. Oh ja, bei mir auch. Oha. Okay, wir müssen, wir haben Telepass, wir können einfach grad das weiterfahren. Okay, wir müssen, wir haben Telepass, wir können einfach grad das weiterfahren. Oha, Blitz von mir. Hier habe ich immer das Gefühl Dass generell bei mir Alle Spiele ein bisschen rumspielen Weil ich habe jetzt hier gerade Bei ETS 2 44 FPS 44 Ich habe einen relativ leistungsstarken PC Das sollte Eigentlich nicht so tief sein Keine Ahnung Wie viel das ich jetzt habe Ja ich habe so übersteamt Das habe ich bei mir aktiviert Ah Ah Ich habe sicherlich jemanden gesehen, dass da Dass hier noch wer kommt Ich habe hier nach hinten geguckt Es war keiner da Ich ziehe rüber und da war er Da müssen eh gleich rüber Also ich gehe nach den Grünen Auf die Spur Also ich gehe nach Plus A when Anh I I I Vielen Dank. Was meinst du? Weil er ganz schneller wird, als ich durch 80 fahre. Vielen Dank. 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 Oh, I wish I were you. Vielen Dank. 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 Ja. Ja. Der Müller bekommt in der Schweiz Konkurrenz. Der Müller? Mhm. warum rossmann hat sich angemeldet in der schweiz ja cool glaubst du es ist fast der erzfeind von müller oder ne rossmann ist tatsächlich eigenständig ne ich meine es ist ja der erzfeind von müller ja das ist wie mit dm und bei uns ist es ja mittlerweile dm und rossmann müller ist es aber uns gar nicht mehr so groß war früher groß aber die toll okay Vielen Dank. 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 Boah, Level 41. Ja, nein, 14 bin ich jetzt. So, dann werde ich mal an dieser Stelle nach knapp 42 Minuten, danke, dass ihr zugeschaut habt. Das war's mit einer kleinen Folge, eine kleine Runde ETS 2. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, wir spielen ETS 2. Bis dahin. Ciao mit V. Tschüss, tschüss, Tschüss. Tschüss, tschüss. Tschüss. Tschüss.